Hey, Beckett! Blödmann! Na du? 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 So zum Last-Round-Gang-Serum, oder? Ich mein, ist ja nicht so, dass ich mir das nicht einfach nur nicht merken kann. Ich hab auch schon etwas länger nicht mehr gespielt, muss ich dabei zugeben. Ho, ho, ho! Beckett, hey! Sie sehen so betroffen aus. Nicht öffnen! Alles, was du machst, nicht öffnen den unkundene Sarcophagus! Nun, obwohl ich gesagt habe, wenn das Sarcophagus öffnet wird, wird es ein Disaster. In welche Form, kann ich nicht sicher sein. Aber nach dem Studium der Ebenen, bin ich jetzt überzeugt, dass es besser unverstanden ist. Und jeder, der einen anderen Kurs betrifft, hat es geschehen von den Konsequenzen. Es ist eine intangible Sensation. Ich konnte nicht meinen Finger auf, seit ich in die Stadt gekommen bin. Ich weiß noch nicht, wo es auskommt. Aber wenn das Sarcophagus eine Möglichkeit ist, um diese Chance zu eliminieren, sollte es geschlossen bleiben. Wenn Gehenna begonnen hat, dann sind wir alle verletzt, egal welcher Kurs der Aktion wir nehmen. Danke für die Wahrnehmung. Ich dachte, du verdienst eine Chance. Es ist eine gute Möglichkeit, dass wir nicht wieder treffen können. Goodbye, junger Junge. Der ist jetzt natürlich komplett weg. Ja, keine Chance. Aber gut. Versuch, was wäre. Ja. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Immer wenn ich dieses komische... Da, 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 das... Das, äh... Buster sehe ich dabei bescheid. Ich bin fast am Ende der Stadt. Dann kommt noch die tolle Sonne da. Nee, nee, kann ich weiß. Sind wir schon vorbei? War das nicht hier irgendwo das Haus von... Nö. Aber gut. Ich habe ja trotzdem recht. Last Round und so. Das war jetzt eigentlich das Wichtige. Oh, lad, 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 lad... Ja, toll, jetzt mit einem Mal. Und dann doch wieder nicht... Also, ja, doch. Ladezungen. Na toll. Wenn man mal einen Schluck trinken möchte, sind sie dann vorbei. Hey, du! Hast du nichts gehört? Die Kyojin haben mir erzählt, dass sie sich mit Lakor... Ja, mhm. Kürzlich ein bisschen von Lakor möchte, dass es Krieg mit dem Kyojin anfängt. Ja, das muss sich... die anführen. Hör'n! Sie hat uns ausgelöst! Ja, guck, ja, wir kriegen mit dem... Ja, die sind ja nicht. Was? Eine alliance mit uns? Ha, ich sehe. Du bist mit mir, richtig? Du bist hier, richtig? Was ist denn der Gott, der hat mir ein Schuss für dich? Ja, rück dich wieder ab. Ja, rück dich wieder ab. Blutjack Bandage... Schauert... Nein, sind das ja nicht. Hör'n! Das ist der Gott! Und der... schweißer B****! Wenn ich immer meine Hände unter unseren Tyler-Eilaschen mit ihren Scheisshäern und ihre Scheisshäern mit ihren Scheisshäern mit ihren Scheisshäern mit ihren Scheisshäern... Steven! Hör'n! Hör'n! Hat ihr schon mal immer gesagt, dass man sich leicht auf die Falle bringen kann? Nein, das machen wir nicht! Verstehst du? Jetzt, wo ich mit Nines reden muss, wo ist der? Hör'n! Okay, alright! Ich bin gut! Nein, naja, ja... Ich kann nicht glauben, dass es hier kommt. Oh, ich hasse diese verdammten Dämpfe, und ich hasse diesen faschischen Dandies-Prinz! Verdammten Dämpfe! Und ich kann mir sehen, dass du diesen Ort wirst, und du wirst jetzt nicht schlafen! Ich weiß, dass du cool bist, also... Nines ist im Riffith Park. Ich weiß nicht, was du hier anstecken, aber ich werde dich wieder verbinden. Du Riffith Park, danke! Ich bin so bescheuert! Oh, gar keiner mehr da! Cool! Ah, doch, du bist noch da! Oh, nichts wiedersehen, du bist langweilig! Hab mich gerade dazu entschieden, du bist langweilig, jawohl! Riffith Park! Riffith Park! Ist doch jetzt bestimmt ein eigener Punkt auf der Weltkarte! Sag mal, war das nicht hier das Haus von... das komische... Ja doch, da vorne... rechts, ne? Ja, Tatsache, da ist es doch! Nein, da gehe ich jetzt auch nicht, obwohl... Vielleicht hat er ja jetzt wieder was zu sagen! Wird er nicht, aber hey! Versuch, macht klug und so! Außerdem kann ich dann die nächsten drei Episoden hier rumirren und keinen Weg mehr finden! Hallo, Bibliothek! Ich wollte hier aber gar nicht rein! Ich wollte nur mal reingeguckt haben! Ohhhh, Kerl! Ach, verflucht! Ich war ja richtig so ein Dreck! Oh, Mann, 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 Mann! Hallo, Mr. Maximilian! Hallo, Neonates! Wie kann ich Ihre Unterstützung sein? Haben Sie ein paar Minuten Zeit für ein paar Worte? Ich hab ein paar Fragen an Sie... Was wissen Sie noch? Was wissen Sie noch? Aber ich weiß auch, dass LaCroix viel zu fasziniert ist auf den Akquirieren. Ja, 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 das ist okay... Zum Beispiel, ja... Ja, 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 ich verschwinden da mal... Ne, ist okay, dann hat sich das auch erledigt... Der hat also seinen... ...Zweck erfüllt. Gibt es eigentlich nur ein Muster, nachdem sich diese Karte ändert? Während sich ändert, oder... ...Taxi, ich will hier weg! Was sagt eigentlich unser Geld? Ach ja, doch! Where to? Fahren Sie einfach! Great Park! Will ich da hin, oder will ich nach Chinatown? Ich fahr einfach mal hin! Ich glaub zwar nicht, dass ich mich jetzt mit dem Taxi zurück... ...fahren lassen kann, aber ey... Oh, ich könnte vermutlich sogar... Ja, cool, könnte ich... Spiel wurde auch gerade gespeichert... Nur mal sicherheitshalber gucken... Ja, wurde ich... Ich speichere aber trotzdem noch mal... Höhöhöhöhöh... Weil man weiß ja nie... Ups... Ist uns auch keiner gefolgt? Ach, nö. Nö, nö. Nö, das gefällt mir nicht. Ich geh wieder. Ich muss doch hier garantiert einsteigen. Und aussteigen. Ich hätte jetzt gedacht, ich muss da noch irgendwelche Rätsel lösen. Darf ich mich bewegen? Außer mich umzugucken. Du guckst, nein. Das ist auch verschlossen. Das hat sowas von Todesfalle. Oh, da lade es ohne, was genauso schrecklich ist. Danach können erst recht Todesfalle auf einen Fahrten. Oh, da war das da hinten nicht nur eins. Wenn es denn neins ist. Ja, ich vertraue hier nicht wirklich, äh, mehr irgendwann. Um Gottes Willen. Also da hätte man sich ja wohl ein bisschen mehr Mühe machen können. Ah, ja, er braucht ja noch ein bisschen die Kryptien. Das ist so, ey. Sie wissen, wir haben einfach eine Krieg mit ihnen und wir haben viele Menschen verloren. Zu viele. Sie erwartet uns, dass wir uns all die Krieg machen, während die Camarilla schrecklich aus den Seitenhänden schreit? Oder sind sie bereit, um die Tod zu Tod mit diesen verdammten Däven? Sie werden kämpfen, der Prinz will die Kryptien genauso tot sein wie hier. Ihre Leute brauchen jetzt einen Führer mehr als zuvor. Dem stimme ich zu. Was soll das heißen? Das Feuer ist von allen Direktungen. Es ist mangemacht. Wir müssen hier rauskommen, das ist schlecht. Es ist noch Feuer. Nein, du verstehst, das Feuer war nicht bereit, um uns zu töten. Kommt, wir müssen nach der Tram kommen. Wir müssen hier rauskommen, weil es eine schöne Sicht war. Ich habe es, weil niemand kommt, um mich zu schauen, in diesen Teilen. Das ist ein Währwölf-Kontri. Die Wolfen werden hier rauskommen, um das Feuer zu kommen. Kommt, wir gehen! Nein, nein, wir können nicht. Du verstehst nicht, was diese Dinge sind. Die Fäden sind sinnvoll, und es ist ein Suizid. Die einzige Sache, die zu tun, ist zu gehen. Jetzt kommen wir zur Tram, wir können nicht mehr Zeit verraten. Na schön, na los! Shit, es liegt. Kommt, kid, wir müssen uns in das Gebäude kommen, bis es zurückkommt! Tschüss! Oh! Ja, ja, schon klar. Ich mag dich nicht! Danke! Wow! Mann, bist du groß! Nö, nö, nö! Ich habe mich entschieden, ähm... ...die Waffen zu weg... ...leck mich doch am allerwertesten. Lass mich durch! Hörbe, hörbe, hörbe! Ah! Ah! Da ist ein Baum im Weg! Okay, danke, ähm... Das hätte ich gerne noch mal getan, und dieses Mal richtig. Ich hätte vorher Munition einkaufen sollen. Ja, ja, ja... So, jetzt lassen wir uns doch mal die Waffen durchgucken. Ich hätte vorher Munition einkaufen müssen. Obwohl, ich hätte ja auch vielleicht mal eine Disziplin oder so verwenden können. Naja, okay. Also gut, ich bin dann mal unterwegs. Bis gleich!